Musik 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 So schön und so lang sind die Strände an der Nordsee leider nicht. Schillig ist ja ganz nett, aber da ist dann doch mehr Salzwiesen. Und hier kannst du Drachen steigen lassen. Da ist Platz, die Leute können ins Wasser gehen. Es ist einfach genial. Nur leider ist der Weg immer so weit. Ich habe schon fast vergessen, wie schön das hier ist. Naja, nach 20 Jahren vergeht eine Menge Zeit. Und soweit man gucken kann, sieht man den Strand und das Meer. Na, wenn das mal nicht mein Campingplatz ist. Und schon wieder ein Boot. Musik Schöner großer Campingplatz für die Zelte direkt hinterm Deich. Und das ist doch mal schick. Dann wollen wir mal die guten Sachen aus dem Oberflug rauspöcken. Tadaa. Zell steht. Zell steht. Ich habe Platz. Und jetzt geht es an den Strand. Da. Da. Direkt dahinter. Da ist der Strand. Der erste Eindruck für ein Campingplatz ist, dass es auf jeden Fall macht. Sanitärhaus. Schlecht und einfach. Aber alles vorhin. Musik 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 Was für ein traumhafter Strand. Herrlich. Toller Sand. Musik 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 Da sieht man wieder, wie niedrig das Wasser ist. Wir befinden uns wieder innerhalb der Boon. Musik Musik Schneider Mein im Haus Willkommen mit dem Willkommen Samenstein Musik 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 So herrlich sieht das Meer in Kalifornien aus. Das Meer plätschert immer noch so vor sich hin und es ist richtig herrlich. Kaum noch ein Mensch da und man hört das Meer richtig laut rauschen. Das Meer plätschert immer noch so vor sichern. Das Meer plätschert immer noch so vor sichern. Das Meer plätschert immer noch so vor sichern. Das Meer plätschert immer noch so vor sichern.